Neben dem ganzen Rummel um die Exzellenzinitiative hat Frau Dreyer natürlich auch noch andere Aufgaben. Letzte Woche zum Beispiel hatte sie die Schirmherrschaft über die lange Nacht der Hausarbeiten inne. Diese Aktion soll Studenten helfen, endlich Hausarbeiten anzugehen, die sie schon ganz lange vor sich her schieben und einfach noch nicht angefangen haben. David Ratzke hat Nachtschicht in der Bibliothek eingelegt. Spät in der Nacht. Die Frist für die Hausarbeit rückt immer näher, doch die richtigen Worte wollen und wollen nicht kommen. Wer dieses Problem kennt, geht heute Abend in die UB, denn dort ist die Nacht der Hausarbeiten. Von 6 bis 11 Uhr nachts gibt es hier Vorträge, Einzelberatungen und Tipps und Tricks zur richtigen Recherche. Wir haben uns umgehört, wer heute mit welchem Problem hierher kommt. Ich bin momentan etwas im Stress wegen der Hausarbeit und brauche deswegen nachher eben ein bisschen Ratschläge. Ja, wir haben es einfach halt, also überall die Flyer gesehen in der Uni und haben uns gehört, das ist ja eigentlich ein interessantes Angebot, wir nutzen das. Also mich hat eigentlich nur das Recherchieren interessiert, weil ich immer keine Hausarbeit geschrieben habe und jetzt im dritten Semester bin und noch zwei Stück schreiben muss. Ich habe den Anfangseinführungskurs in die Bibliothek am Anfang vom Semester verpasst. Ich bin schon ein Drittsemester und ich komme jetzt erst in die Situation, meine erste Hausarbeit zu schreiben. Und da entwickelt sich langsam so ein bisschen Nervosität, muss ich sagen. Gerade so in den ersten Semestern hat man sich schon da ziemlich im Stich gelassen gefühlt. Die Studenten nehmen das Angebot gern an. Die Veranstaltungen sind in der Tat so sehr überlaufen, dass zusätzliche Sitzmöglichkeiten geschaffen werden müssen. Das merken auch die Organisatoren. Ich gehe davon aus, aufgrund der guten Resonanz, dass die Veranstaltung sich wiederholen wird. Nach dem Ende des offiziellen Teils bleibt die UB selbstverständlich weiterhin geöffnet. Die Veranstaltung wird offiziell um 23 Uhr zu Ende sein. Aber ich weiß, dass viele Studierende gerade in der Examenssituation durchaus auch Nächte durcharbeiten. Wer aber keine Hausarbeit schreiben muss, nimmt das Gelernte mit nach Haus und nutzt den Rest der Nacht gern anderweitig. Ich gehe jetzt nach Hause. Jetzt gehen wir nachher noch was trinken zusammen und dann feiern. Ich bin hundemüde, ich muss morgen früh raus. Um vier stehe ich auf, um wieder zu schaffen und dann geht es gleich wieder weiter mit der Uni. Früh am Morgen. Wir gehen. Wir sind nicht die Letzten. Wer jetzt noch hier ist, kann nicht für ein Interview gestört werden. Aber spätestens, wenn um sechs Uhr früh die Putzgolonne kommt, wird auch der harte Kern nach Hause gehen müssen.